ARD Text im Auftrag von Funk Aua! Meine Mutter. Du wohnst mit deiner Mutter zusammen? Ja. Luise, du hast einfach einen wunderbaren Bub. Weil ich dich nicht habe. Würden Sie mir ein Autogramm geben? Mein Name ist Bill. Lovely Luise. Was seid ihr für Ihre Mutter? Sie ist auch meine Mutter. Was? Ich bin dein Bruder. Warte! Warte! Hi. Wie lange willst du denn hierbleiben? Ich habe euch ja klar aus gefunden. Auf unserer Familie. Ist das auch eine Brüte? Deine Mutter wird schon wissen, ob sie noch ein Kind hat. Nach rechts. Okay, I got it. Pass mit, Mom! I got it! Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Hallo? Stehenberg. Wie? Und ich rede ins Loch im Sock. Das Loch im Sock? Ich traue nicht mehr. Ich bin nicht willkommen hier. Als Kind habe ich mir immer einen Bruder gewünscht. Mensch, sweet! Mein Bruder! would you relax? Wöhber! Weg!